Tobi hat einen großen Tag vor sich, doch von Aufregung keine Spur. Stattdessen? Freust du dich denn auch total? Ja! Der Tobi liebt es, mittendrin zu sein und auch sowas zu präsentieren. Er ist immer gut drauf. Ich finde es toll, dass wir Teil davon sein können und auch was zurückgeben können und allen zeigen, dass es normal ist, dazuzugehören. Oder? Ja. Der Zwölfjährige ist Träger der Engelsfackel. Ein Symbol der Solidarität mit Familien, in denen Kinder schwer krank sind und frühzeitig sterben werden. Unterstützt wird die deutschlandweite Aktion des Bundesverbandes Kinderhospiz auch vom Philipp-Julius-Verein in Bad Vilbel. Der Verein hilft schwerstkranken und behinderten Kindern und deren Familien. Auch Tobis gehört dazu. Tobi selbst ist nicht lebensverkürzend krank. Den Kinderlebenslauf als Fackelträger zu unterstützen, ist für ihn eine klare Sache. So sind wir schon seit ein ganz paar Jahren bei Philipp-Julius integriert. Und dadurch kam auch der Kontakt, dass eben gefragt wurde, ob der Tobi das übernehmen würde, die Fackel zu tragen und nach Wiesbaden zu bringen. Und er war sofort Feuer und Flamme. Und ich musste schon Wochen vorher dann die Genehmigung bei der Schule einholen, weil er da unbedingt mitmachen wollte. Rund 50.000 Kinder in Deutschland sind lebensverkürzend erkrankt. Der Einsatz der Kinderhospize ist da sehr wichtig. Es geht bei dem Kinderlebenslauf darum, dass auf die Arbeit der Kinderhospize und der ambulanten Kinderhospizdienste aufmerksam gemacht wird. Es gibt sehr viele Kinder, die chronisch oder lebensverkürzt erkrankt sind in Deutschland. Die sieht man nicht jeden Tag auf der Straße. Und uns ist es einfach wichtig, darauf aufmerksam zu machen, Lobbyarbeit zu machen. Der Philipp-Julius-Verein berät und begleitet diese Familien sehr, sehr gerne. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Und es ist ein Herzensjob auch. Alle, die den Lauf unterstützen, machen das ehrenamtlich. Darauf sind Vereine wie Philipp-Julius und Kinderhospize angewiesen. Wir können allen nur empfehlen, sich zu engagieren. Ob das ist ehrenamtlich oder ob das ein Student ist, der mal Zeit hat oder die Oma, die mal vorlesen will. Wir können alle nur wirklich aufrufen, sich zu beteiligen. Man schenkt Freude, aber man bekommt das Doppelte, Dreifache zurück. Der Kinderlebenslauf ist im April in Berlin gestartet. Die Fackel reist durch die ganze Republik. Am 7. Oktober am Welthospiz-Tag endet der Lauf an der französischen Grenze in Rust. Tobi hat die Etappe von Bad Vilbel nach Wiesbaden, um die Fackel an das Kinderhospiz Bärenherz zu übergeben. Mit dem Boot geht es über den Rhein nach Schierstein. Großer Empfang für Tobi und die Fackel. Wir fühlen uns ein bisschen als Überbringer, Tobi, als Unterstützer. Und profitieren selber ganz viel von Philipp-Julius. Deswegen war es uns ein super Anliegen, da mitzumachen. Und es hat einfach Spaß gemacht. Fandest du es toll? Ja. Ja? Ja. Willst du wieder mitmachen? Ja. Helfen für den guten Zweck, weil ein Kinderlachen unbezahlbar ist. Wasでしょう? Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020